Herzlich willkommen meine Freunde zu einer weiteren Folge 416 Karrieremodus mit Borussia Mönchengladbach und jetzt wollen wir immer noch Marcel Sametzer verpflichten von RB Leipzig und ja Angebot absenden. Mal schauen ob wir ihn noch bekommen. Noch als kleinen Prozent So und dann haben wir das jetzt haben wir eine Nachricht bekommen wenn wir schon was passiert akzeptiert das läuft auch perfekt so nicht nur sichern Krieg auch nur 5 Prozent Krieg 4 Jahrhundert was will da es ist ja laut Stammfühler Städter oder unten ne was er da gemacht hat und auch nicht ihr Stammfühler drauf Köln Köln hat nicht gemacht Au Backe Angebot akzeptiert und wir haben damit Marcel Sametzer auch dazu willkommen in die Mannschaft das ist ja unvorstellbar was wir für Leute anholen hier Gucken wir mal nach wer da ist er 72 Mal gucken Sprungkraft also das Antritt Alter Antritt Alter die zieht ja ab Gute Leute also das sind wirklich jetzt das war jetzt eine saugute Entscheidung die beide zu holen ja und haben sie auf dem letzten Drücker haben wir ja auf dem letzten Drücker haben wir nochmal richtig zugeschlagen Schade für 2 Millionen Hinten wir uns jetzt Dings holen können ne oder warte mal wir können sie ja mal aus sinnloser Weise was ausprobieren kurz ich will mal was testen wie ist er denn war nur 2 Millionen wert was sollen wir jetzt für 1 8 ihn holen so dann wiederum so tun wir nochmal oh mein Gott das war zu knapp akzeptiert haben sie schon mal der will 15.000 Euro so 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 eingestellt dass das Geld passt das 15 Uhr oder 8 Nacht ne das ist eine Nummer 15.000 Euro dann müssen wir es anders machen da 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 so guck mal ob er so zufrieden ist oh da bin ich nur breiter ausfahrt tak arschloch ne das wird jetzt ein spannendes Finale ich schätze mal wir kriegen nicht ne wir haben nicht gekriegt ne wir haben nicht mehr eine Antwort gekriegt ja alle waren schon und danach kann keiner mehr raus gut stimmt hast du recht hast du angefragt ne du darfst nichts mehr machen ist ja so dann haben wir eben zwei neue Leute dazu geholt ist ja auch ein bisschen was wert ne du kommst später wenn wieder genau wenn wir wieder ein bisschen Geld haben alles gut so dann will ich aber das mal zum Transfer ja umschauen äh zum Gehalt umschauen jetzt möchte ich noch gucken wie es mit den Verträgen aussieht ach so schön das sind ja so wichtig Leute ach nö warte mal vielleicht kann man mit dem verlängern wenn ich es schon mal vorher verlängern bis dann haben wir noch gesehen geht aber das ist ein wichtiger Startspieler ja so mit dem brauchen wir nicht verlängern was ne warte mal ach guck mal wir können auch verlängern mit denen ne warte mal wir können den auch verkloppen na dann verkloppen wir den dann so was sieht es bei ihm aus das ist ein Innenverträger wo die ich gerne behalten wollen upsie so der wäre wohl einiger ja wissen wir eigentlich was ist denn das oder schon passt schon oder schon nee nee haupt der Stranze ist Dominguez kein Stranze nee das passt erstmal hat Johnson Chance auf die Starte so der erste hat schon mal Norbert her wieso kann er sich aufbringen das wieso kann er sich aufbringen das würde zum Aussager schon wieder er ist ja klar dass alle abgehen es ist das geld nicht passt dass wir es nicht bezahlen können steht da wenn man das nochmal machen einfach und so ich habe wirklich kann nicht erkundig das ist ja für eine vertreibende Vertragsbonus nicht aufbringen kann das ist das helfen gehen was ein Bonus denn ich habe den Kumpel von Brunus reingebaut da wir null haben geht es nicht doch ich habe den jetzt das weglassen sind auch nur verlängern der Idee dann schickt mir doch mal ein Reichen und jetzt können wir die Abschlussbericht hier so Dominik Kaiser und alles so schlicht der sich gemeldet war nicht eigentlich nicht doch ach so ist ja noch mehr wie lange gehen das jetzt auch schon 8 minuten schon heftig so naja so dann lassen wir mal forstberg spielen für johnson darf weiter spielen und sabitzer darf mal rein wir packen einfach es ist echt so viele spieler und dann warte mal wiederholen wir den jetzt runter stendera ich glaube stendera verklocken bei mir ich habe viele spieler jetzt ja wir müssen auf die trotz eben ein paar leute kann man schon wieder verkaufen das ist fest aber gegen den ersten fc köln proben können so wie machen wir das so ich bin wieder bald stadion ok jetzt das gebührt wir müssen der spieler ist da ich habe ich da jetzt ich bin nicht das macht es ich weiß hier auch also hier er rein das hat er passt ja auch sicher angehen er hat sich auch die die umsonst gerne die ganze Füße für Bundesliga und ein junger Spieler Bittenko hat auch was mit FC zu tun bei fc hat schon mal ein spieler gespielt also der ist jetzt schon der spiel nicht mehr fußball aber bitte gut ist sein sohn von diesem spieler der bekommt schon mal gespielt so habe ich das wurde mir das erzählen das war eigentlich ein faul ja klar kriegen die sogar noch ein balleinwurf sein Buch gibt so ein bisschen die Brille Sitz die Brille wieder ab bringt auch nichts da oben da oben da unten wissen nicht wo noch hin Patrick Hermann macht sein erstes Bundessektor hat sich gut gedreht eigentlich für eine Rehung dann macht er den selbst rein und was ist sein sein erstes Bundessektor der Patrick Hermann einzelne Führer gegen den ersten FC sehr schön zufrieden würde ich mal sagen auch du Schein doch ach du dir noch so scharf dann macht er den Ball scharf dann macht er den Ball richtig schön in den Strafen du lobst es bin immer gespannt wenn wir in Champions League spielen wie das wird Herr Schuppen diese wir haben schon die Neuverpflichtung die Kämpfe damit wir immer so viel Bundesseeker damit sich unterschiedliche Spiele haben auch gratulieren aber trotzdem wir haben schon vorgesorgt wenn wir überhaupt gehen in der Saison weiter kommen aber wenn wir weiter umkämpfen ist ja alles okay ab jetzt nicht bis kein Platz so 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 wie das haben strafe rum ja es ist die aufnahme was sie wieder abgebrochen wir wissen jetzt wo uns liegt ja mein kleines gemacht und wissen jetzt wie diese dieses buch wie sagt wiener nicht mehr so schnell aufkommen kann moment war schön gespielt das war stimmte schießen macht es auch er macht das tor er macht das 2 zu 0 stimmte also als jetzt kommen wir gedrückt also das was aber trotzdem die lübte die lübte vor Ort Tor für die Borussia um die lübte die lübte die lübte in der Tübing eng schon wieder so als ob das spiel wird man wieder mal wieder ist es war ein foul hat der Schiri gesagt aber das war jetzt umfangen das war die Maul ja das war jetzt schlecht gespielt aber schlecht was er überflucht ganz alleine aber das macht stand der Saugut patrick haben ist da rankommen gibt es auch die passen in die spitze da ist aber noch jemand wieder an der spitze kommt er das kann notgedrungener weiter weil der sogar ankommt aber das macht nordweit perfekt mit dem jungen mit dem wir so lange schon so zu verlängern weil er einfach nicht möchte und das war auch die wunderschöne als halbzeit bis jetzt ja hier in der stadt führt mit 1 zu 0 in frankfurt 1 zu 1 so nehmen muss niemand macht ein bisschen tipp so forstberg werden wir zu seinem ersten einsatz bringen in der fußballbundesliga und und weil auch kommt für stünde eine komplett andere Variante 2 2 2 2 mittelstürmer ja der Torschuss raus ja und das ist Raphael das ist Hermann lässt sich vorhin das ist sehr gut eingeplant sehr gut eingeplant ein souveräner souveräner souveräne führung auch nur so auch mit einem Ball wo nicht mehr der spieler dachten dass er noch ankommt innerlich ja das war's nicht patrick bei noch machst du sowas nicht und kommt aus acht sommer sommer ist da sommer ist zur stelle aber da ist sommer habe ich den beiden eingelegt auf der seite war der spieler frei war scheiße ich wollte nicht die werden doch gar nicht war angekommen obwohl ich habe dich geschützt und überwärts darin orientiert ist die vorbeigte bei rauch war das und was an denn gegen die Koffer sind er hat das muss ich erinnern nicht ich kann ich er wird sich gesagt mit 40 Folgen schon gar nicht 20 und die ich mich verrechnen ein Wettbewerb 8 Wochen vorgelegt die sich und das so ist so recht und das ist ja wirklich ein paar Wettbewerber dieser ein Traum schon dagegen schade dass es bei FIFA noch nicht so eine Statistik gibt mit Kopfball stark oder sowas in der Art finde ich eigentlich ein bisschen schade dass es da nichts gibt unbedingt und schnell spielen weißt du das erstaunlich dass es da nichts gibt wo abends da wurde eisgabwe geschubst ah ne wirklich das stadt und ich bin und wir können das der Raffaele muss man unter ich kenne den ich habe nicht gebetet wir haben alles gewusst so der andere haben muss auf der Position weiter spielen und da gut kommt für Raphael ja der ist ja jetzt wieder nach vorne geschoben also muss ich ja jetzt scheitern der Zeit die bis auf den Tod der Sommer es ist so oft bis zu den ich wusste nicht dass wir ich drücke mal schon gewartet aber immer sieht hat die ist das Köln muss gegen die harte ran ich bin da da nicht ja dort hat man nicht muss ich schon mal besser sehen die Leute haben ihn schon die Leute haben ihn schon eingewechselt nach dem Angriff tun wir mal ein gucken wir mal ob man jemand einwenden können in Abwehr ähm Forsberg haben wir gebracht und Weihrauch und Dahoud also ist alles das hat er geknäfft wenn die Wiese und die Spieler sich verletzten bei so vielen Spielern dann noch es geht aber letzt wer das unsere Saison überhaupt war das schönes Spiel Weihrauch Flanke und da macht es aber nichts schade und jetzt machst du das Ball oder ich mache und weg was hast du mich erwischt warum ich hab doch den Ball noch schön reingekriegt dann ist okay und da ist in der und erkennt die wird selbst erzeugt jetzt ein bisschen brenn das ist ja krass ich ich mach so ein Eckfall und der macht das Tor dazu ein bisschen da los immer mit Käppchen immer mit Käppchen immer mit Käppchen das ist immer hart wie wir das Tor erstes ja also jeder darf hier mal Tore schießen sowieso sie 0 zu 3 schon gegen Köln ja 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 geil das ist langsam auch schon auf der Klasse und schon wieder zu gut es ist so einfach kommt es rüber guck mal hier drüben ist noch einer hier drüben ist noch einer drüben ist noch einer oder er lässt sich vor und es gibt das wieder ne das war kein Wort da liegt David Sanborn oder Eugen jetzt mal ein Trost geben das ist ein der den die zwei Leute verteidigen eine Person das ist so geworden so jetzt renne ich und da oben ist ein spieler völlig frei noch mal passend ja und es steht 14 es steht 14 es kann nicht sein das muss doch viel sein und tanken schade meine freunde wir bedanken dass wir euch recht haben das hängt aber jetzt habt ihr sowieso in der schule gewonnen und da 1 1 da gut bis dann